Dabei steht ihm ein Team aus hervorragenden Ingenieuren zur Seite. Diese haben auch gleich eine Lösung parat. Paul erklärt, dass er zunächst die genaue Ursache ermitteln möchte, die Technical Root Cause, denn andernfalls besteht das Risiko, das Problem nicht nachhaltig oder zielführend abzustellen. Warum-Methode erkennen Sie, dass der Schlüssel zur Ursache in der dunklen Wäsche liegt. Der Wäschetrockner ermittelt den Trocknungsgrad über die Leitfähigkeit des Wassers. Allerdings hängt die Leitfähigkeit nicht nur von der Restfeuchte, sondern auch von der Wasserhärte ab. Es stellt sich heraus, dass Frau Müller bei dunkler Wäsche ein Waschmittel verwendet, das einen besonders intensiven Wasserenthärter enthält. Somit wird über die Leitfähigkeit im Wäschetrockner nicht immer ein korrekter Trocknungsgrad ermittelt.